Das kann man ja auch mit Paypal und so spenden und Bank und sowas, ne? So, ich hab einfach vergessen, mir das auszubezahlen und hab jetzt gesehen, wie viel da drauf ist und das ist halt, seit ich Stream-Elements benutze, hab ich dich einmal ausbezahlt und jetzt hab ich gesehen, was da drauf ist und jetzt hab ich mir das ausbezahlt, was? Da müsste doch das von Arkham dann sogar noch drauf sein. Alles, alles, was jemals donated wurde über Stream-Elements, was nicht mit Paypal war, war gespeichert aus Stream-Elements. Und wisst ihr, was das geilste ist? Ich hab ja eigentlich nur noch 200 Euro bis zum 21.8., weil ich meinen Eltern diesen Monat von meinem YouTube-Geld alles zurückbezahlt hab, was ich konnte, ne? Und jetzt kann ich wieder tanken! Oh Gott, ich tanke. Ja, das ist so gut, Alter. Jawohl! Ja, das ist so gut, Alter. Jawohl!